So, dass gestern schon ließ es, Zeit, die 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 Zeit. Guten Tag, wie geht's euch? Was habt ihr denn gerade geschickt? Ein lautloses Lied? Ja, durften wir mal laufen. Bitte? Durften wir mal laufen. Ja, aber bitte. Der Wind. In allen Frieden, abgeschrieben, hinter einer Hecke, der Wind. Da hat ihm die Spitzmaus, wie Spitzmäuse sind, ins Ohr gequickt, damit er schricht. Springt auf die Hecke, Fuchsteufelswild, ruts, packt einen Raben beim Kragen, ruts, quettet einen Storf hinein, schüttelt einen Burmbaum beim Schopf, reißt den Leuten den Hut vom Kopf, Fleck die Wetterfahne rum, wirft eine Holzschütte um, wirbel den Staub in die Höhe, wehe, der Wind ist los. Von Josef Kugelmuth. Musik? Herr Hörmstehe. Bewegungen? Klasse 4a. Mein Frieden schief, abgeschrieben, hinter einer Hecke, der Wind. Da hat ihm die Spitzmaus, wie Spitzmäuse sind, ins Ohr gequickt. Der Wind, der schriegt. Sprich auf die Hecke, Fuchsteufelswild, ruts, packt einen Raben beim Kragen, ruts, der Wind ein, ist auch wieder. Sprich auf die Hecke, Fuchsteufelswild, ruts, quettet einen Raben beim Schopf, reißt den Leuten den Hut vom Kopf, steckt die Wetterfahne herum, wirft eine Holzschütte um, wirbel den Staub in die Höhe, 1, 2, 3, 4. Mehr, der Wind ist los. Mehr, der Wind ist los. Und Josef Dunkelmuth. Mehr, der Wind ist los. Mehr, der Wind ist los. Und Josef Dunkelmuth. Mehr, der Wind ist los. Und Josef Dunkelmuth. Mehr, der Wind ist los. Mehr, der Wind ist los. Und Josef Dunkelmuth. Das ist das lustigste Lied, das ist das lange gehört. Auch das bequemste, ne? Kommt ihr oben noch ein kleines bisschen runter? So, also. Arbeit ist scheiße. Lauter. 1, 2, 3. Arbeit ist scheiße. Eine Geschichte habe ich für euch. Wenn einer von euch mal, wenn irgendein Musiklehrer zu euch sagt, wie viele Töne hat die Tonleiter, dann würdet ihr was antworten. Jetzt haben sie geklärt bei mir. Sag mal, wie viele Töne? Acht. Nein. Gut. Neun. Gut. Warum? Der gute Ton. Ah, er hat recht. Und ohne den guten Ton kann niemand gut Musik machen. Wenn der gute Ton da ist und ihr euch gut versteht, dann klappt das am besten. Das war die Geschichte. Tschüss. Super. Mach's gut. Mach's gut.